Nun, Landa, es war ein guter Versuch. Von wegen Versuch? Ein Rapier ist keine Waffe gegen Äxte. Ich war abgelenkt. Die Frau wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn und ein Riss in ihrem linken Ärmel knapp über dem Ellenbogen gab den Blick auf eine frische, fast fingerlange blutende Wunde frei. Sie wandte sich Desina und Santa zu, als der Schwerts-Sergeant vor der Frau salutierte. »Sir, Schwertmajorikin, Desina, Maestra des Turms und Stabsleutnant Santa für euch, Sir.« »Danke, Sergeant«, antwortete die Schwertmajorin und musterte die Neuankömmlinge aufmerksam. »Netter Kampf«, meinte Santa. Er zwinkerte Landa dem Axtkämpfer zu. »Du solltest dich schämen, dass du dich so von einer Frau hast vorführen lassen.« »Sie ist keine Frau«, gab Landa zurück, der zuerst eher erzürnt gewirkt hatte, aber nun deutlich erheitert war. »Sie ist eine Seeschlange. Eine Natter. Ein gefährliches Reptil, das einem Mann in die Eier beißt, wenn er nicht aufpasst.« Sein Kommentar löste weit um Gelächter aus. Auch die Mundwinkel der Schwertmajorin zuckten. Sie sah zu Desina hinüber. »Genug gescherzt.« »Was kann ich für euch tun, Maestra?« »Mir wurde zugetragen, dass die Schwester eines eurer Lanzenkorporale verschwunden ist. Ich will versuchen, die Frau ausfindig zu machen.« Rikin nickte. »Karjan, ja. Er wird froh sein, zu hören, dass ihr euch des Falls annehmt.« Sie blickte zu dem Sergeant von der Torwache, der noch immer bei ihnen stand. »Sergeant? Habt ihr ihn benachrichtigen lassen, dass die Eule anwesend ist?« Der Sergeant nickte. »Ja, Sarah. Ich bin überrascht, dass er noch nicht hier ist.« Rikin nickte und sah sich suchend um. Offensichtlich war der Mann nicht zu sehen, denn sie wandte sich wieder Desina zu. »Das ist in der Tat überraschend,« teilte sie ihr mit. »In den letzten zwei Tagen gab es für ihn nichts anderes als die Suche nach seiner Schwester.« Feine Falten entstanden auf ihrer Stirn. »Karjan ist beliebt. Und seine Schwester auch. Ich muss euch sagen, dass wir das Schlimmste befürchten.« »Es sieht Maria,« so heißt die junge Frau, »einfach nicht ähnlich. Sie arbeitet hier auch manchmal als Wäscherin und ist im Allgemeinen sehr zuverlässig.« Bevor Desina etwas erwidern konnte, trat ein anderer Soldat vor sie und salutierte. »Maestra? Sers?« »Lanzenkorporal Karjan ist nicht aufzufinden. Der Baracken-Sargent teilte mir mit, dass er nach dem Dienst nur kurz hereinkam, um sich umzukleiden. Er muss dann die Hafenwacht verlassen haben.« »Danke, Soldat.« »Ist etwas darüber bekannt, ob er allein ging oder von Kameraden begleitet wurde?« »So wie ich es verstand, ging er allein, Sarah. Er teilte dem Sergeant mit, dass er weiter seine Schwester suchen wolle und zur Abendglocke wieder zurück wäre.« »Danke, Soldat.« Der Mann salutierte kurz, und er und der Sergeant kehrten zu ihrem Posten am Tor zurück. »Dann benötige ich Zugang zu seiner Seekiste,« teilte Desina der Majorin mit. Die nickte nur und bedeutete ihnen, ihr zu folgen. »Das ist sein Bett,« teilte Rikien Desina mit, als sie in der Baracke angekommen waren, in der die Mannschaften untergebracht waren. Desina nickte und kniete sich vor die Kiste am Fußende des einfachen Betts. Sie war verschlossen. Ohne darüber nachzudenken, zog sie eine Haarnadel aus ihrem Haar, brug sie um, und einen Moment später sprang das einfache Schloss der Kiste auf. Mit einer unauffälligen Geste strich sie die Haarnadel gerade, steckte sie zurück in ihr Haar und öffnete die Kiste. Ganz oben, sorgsam auf einen gefalteten Umhang gebettet, sah sie eine kleine Miniatur in einem silbernen Rahmen liegen. Sie nahm sie auf und betrachtete das Gemälde, das einen jungen Mann und eine junge Frau zeigte, die in ihren Tempelkleidern eher steif wirkten. Die Ähnlichkeit zwischen den beiden war ausgeprägt, und sie hielten sich fest an der Hand. Das war viel mehr, als sie zu finden erhofft hatte. Sie legte den Umhang zurück, schloss die Kiste und zeigte die Miniatur Rikin. Ich brauche nicht mehr als das. Und Wasser, teilte sie der Majorin mit und sah sich suchend um. Wie auch in der gebrochenen Klinge gab es an der Stirnwand des großen Raums, in dem gut und gerne dreißig Betten standen, eine weitere Tür. Sie führte in einen Waschraum, genau das, was sie jetzt benötigte. Sie ging hinüber, öffnete die Tür und fand, was sie suchte. Ein großes Steingutbecken mit einer Pumpe daneben. Sie trat an die Pumpe heran. »Erlaubt, Sarah«, sagte Santa. »Ich kenne das Ding. Es ist störrisch und braucht einen gewissen Trick.« Sie nickte, und während sie den Abfluss mit dem Holzstöpsel schloss, fing er an zu pumpen. »Es reicht bereits«, teilte ihm die Sina nach ein paar Pumpenschlägen mit. Der Boden des Beckens war nun mit Wasser bedeckt. Mehr war nicht nötig. Sie schaute über ihre Schulter, sah ein paar neugierige Soldaten in der Tür stehen und bat diese freundlich aber bestimmt, die Tür zu schließen. Die Schwertmajorin blieb. Wie auch der Stabsleutnant war sie gespannt darauf, was die Eule nun zu tun beabsichtigte. Es gab nicht viel zu sehen. Die Sina nahm die Miniatur in die linke Hand, schloss die Augen, atmete eine Zeit lang tief und regelmäßig ein und aus und strich dann mit einer elegant aussehenden Geste einmal mit der flachen rechten Hand knapp über der Wasseroberfläche entlang. Das Wasser wurde schlagartig schwarz, schien zu wogen und glättete sich in einem dunkelgrünen Schimmer. Schweigend musterten die drei das Bild, das im Wasser entstanden war. Eine schlanke Frauenhand, die sich in einer leichten Strömung bewegte. Ein Maulfisch schwamm unbekümmert vorbei. Im Schlick war ein Seil zu erkennen, das die junge Frau am Grund hielt, sowie eine leere Weinflasche, nach der sie zu greifen schien. Doch die Flasche lag wohl schon länger auf dem Grund des Hafens, denn sie war mit Algen bewachsen und von Muscheln überkrustet. Eine Krabbe lief über den ausgestreckten bleichen Arm, um in dem im Wasser wehenden Ärmel des leichten Kleids zu verschwinden. Götter, fluchte Rikin leise. Ich habe gebetet, dass es nicht so ist. Desina nickte und ließ das Bild gehen. Es hatte sie weitaus mehr Anstrengung gekostet als gedacht. Allein die Tatsache, dass Marias Körper unter Wasser lag, hatte das Wirken der Magie deutlich erschwert. Es war das erste Mal, dass Desina diese Form der Suche angewendet hatte, und sie war selbst überrascht davon, dass es ihr gelungen war. Dennoch war der Willensakt eine immense Anstrengung gewesen, und diesmal fühlte sie tatsächlich, wie ihre Knie zitterten. Sie liegt nicht weit von hier, teilte sie Rikin leise mit. Selbst in den eigenen Ohren hörte sich ihre Stimme gepresst und erschöpft an. Wir brauchen ein Boot. Das wird sich finden lassen, Maestra, antwortete Rikin sichtlich beeindruckt. »Wir sind schließlich Marina-Soldaten.« »Wenn ich mir das alles so ansehe,« dachte Wiesel und biss in einen Apfel, »dann sollte ich mir überlegen, ob ich meine Neugier nicht besser im Zaum halte. Das hier verspricht, gefährlich zu werden.« Andererseits war es natürlich auch eine Herausforderung. Wiesel schüttelte amüsiert den Kopf. Er wusste genau, wann seine Neugier ihn am Haken hatte, und das war ganz ohne Zweifel bereits der Fall. Wiesel saß auf einem Baumwollballen, der günstig auf der Mole herumlag, und ließ die Füße baumeln. Für alle Welt sah er aus wie ein junger Mann, der sich eine kleine Pause gönnte und die Frühlingssonne genoss. Die Seeschlangen wussten es besser. Das erklärte auch den misstrauischen Blick, den ihm die zwei Marineinfanteristen zuwarfen, die nun schon zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit hier vorbeikamen. Wiesel lächelte ihnen freundlich zu. Aber die beiden Soldaten taten, als würden sie es nicht wahrnehmen. »Wahrscheinlich,« dachte Wiesel, »bekam jeder Rekrut als erstes sein Bild gezeigt, mit dem Hinweis darauf, ihn niemals aus den Augen zu lassen.« »Ein legendärer Dieb zu sein, brachte auch ein paar Nachteile mit sich.« Er verbannte die beiden Soldaten aus seinen Gedanken. Von ihm aus konnten sie ihn beobachten, solange sie wollten. Wenn es notwendig wurde, wusste er, wie er sich ihnen entziehen konnte. Sein Problem lag da vorn, verteut, schwarz und so dick und fett, wie es nur sein konnte. »Das ist schon ein großer Bastard,« dachte Wiesel und warf den Apfelbratzen ins trübe Hafenwasser. Das Wenige, was er vom Schiffsbau verstand, sagte ihm, dass dieses Gefährt dafür konstruiert worden war, der Hohen See zu trotzen und weitaus größerem Wellengang zu widerstehen als die Galären des Reichs. Sah man genauer hin, konnte man erkennen, dass das Schiff eine harte Reise hinter sich gebracht haben musste. Hier und da waren Schäden zu erkennen, die fachmännisch ausgebessert worden waren. Wenn er sich nicht sehr täuschte, dann hatte das Schiff aber noch immer eine Erneuerung der gesamten Takelage nötig. Von hier aus hatte er keinen guten Blick darauf. Doch er konnte einen Teil des Hauptdecks und des Achterdecks einsehen. Wenn er aufstand, erlaubte das ihm auch einen Blick auf das Vordeck. Eine lange Planke verbrannt das Schiff mit der Mole. Ein schwarz gekleideter Matrose stand daneben Wache. Ein anderer Mann ging auf dem Achterdeck seine Runde, sonst hatte Wiesel bis jetzt niemanden gesehen. Er hatte sich ein wenig umgehört und auch der Hafenbehörde einen kleinen Besuch abgestattet. Wiesel hatte von zehn Leuten gehört, vielleicht einem Dutzend, auf jeden Fall nicht viel mehr. Doch an Deck sah er nur diese zwei. Nun, eine Galäre brauchte natürlich bis zu vier Mann an jedem Ruder. Damit kam eine große Galäre schnell auf eine Besatzung von über 500 Mann. Ein Segler brauchte gewiss nicht so viel. Aber kaum 20 Mann für ein Schiff dieser Größe? Wiesel hielt die Hand über die Augen, damit ihn die Sonne nicht blendete und blinzelte zu den hohen Masten empor. Die schweren Segel hingen sorgfältig gerafft an den Rahen. Es brauchte gewiss mehr als ein oder zwei Hände, um in dieser schwindelnden Höhe die Segel auszubringen. Alles sprach dafür, dass dieses Schiff eine sehr lange Reise durch widrigste Gewässer hinter sich gebracht hatte. Denn dem so war, wo befand sich dann der Rest der Mannschaft? Unter Deck? Wohl kaum. Sonst wären sie den Seeschlangen aufgefallen, als diese das Schiff inspiziert hatten. Es musste eine Mannschaft geben, dachte Wiesel und kratzte sich gedankenverloren am Kinn. Da man sie nicht sah, hielt sie sich verborgen. Oder sie befand sich schon nicht mehr an Bord, als das Schiff in den Hafen einlief. Wahrscheinlich brauchte es nicht viele Leute, um das Schiff notdürftig zu bemannen, während es in den Hafen geschleppt wurde. So oder so warf es die Frage auf, warum die Mannschaft sich verbergen oder nicht an Bord sein sollte. Es gab noch etwas zu bedenken. Das Schiff lag seit fünf Tagen im Hafen. Er hatte herumgefragt. Keines der Besatzungsmitglieder hatte in den Tavernen des Hafens seine Heuer versoffen. Sie saßen an Bord und verließen das Schiff nicht. Das fand Wiesel sprach für eine beachtliche Disziplin. Selbst von den Seeschlangen hatte man schon gehört, dass einige bei der Einfahrt in den Hafen ins Wasser sprangen, um an Land zu schwimmen, um so schneller bei Wein, Bier oder Weib zu sein. Eine andere Sache war die Ladung. Es hatte etwas gedauert, das herauszufinden, aber schwer war es nicht gewesen. Es erinnerten sich einige Leute daran. Erzbarren, in die klassische Schweineform gegossen. Eisen, Kupferzinn sowie eine Kiste mit Silber. Schwer und klein. Lukrativ. Und man konnte sicher sein, auch in einem fremden Hafen dafür Abnehmer zu finden. Aber Erzbarren sagten wenig darüber aus, woher sie kamen. Keine Stoffe, Gewänder, Kunstwerke, Preziosen oder irgendetwas, das einen Hinweis auf den Ursprung gab. Erz gab es überall. Auch dazu hatte der Hafenmeister mit den Schultern gezuckt. Er hatte Wiesel nur das Buch gezeigt. Die Kapitäne oder der erste Offizier kommen hierher, tragen etwas ein und gehen wieder. Sie haben die Liegegebühr bezahlt. Für volle zwei Wochen. Mehr interessiert uns nicht. Hier steht etwas. Der Mann hatte sich vorgebeugt. Ilian, Lilian, irgend sowas. Noch nie davon gehört. Ist euch noch etwas aufgefallen? fragte Wiesel und ließ ein Silberstück auf das Buch fallen. Es verschwand so schnell, als wäre es nie dagewesen. Der Hafenmeister hatte noch einmal blinzelnd auf den Eintrag gesehen und dann den Kopf geschüttelt. Das Einzige, was mir noch einfällt, ist, dass der Kapitän wusste, was hier zu tun ist. Er hat alles ordnungsgemäß abgewickelt, sprach kaum ein Wort. Hat sich nicht über die Liegegebühren beschwert, als ob er schon hundertmal hier gewesen wäre. Aber das war er nicht. Bei den vielen Schiffen, wie wollt ihr das wissen? Hatte Wiesel gefragt. Woher ich das wissen will? Ich bin selbst zur See gefahren und bin nun seit 18 Jahren der Hafenmeister hier. Es kommt einer Landratte wie euch zuvor, als legen hier ständig neue Schiffe im Hafen. Doch dem ist nicht so. Sie kommen immer wieder. Bis sie untergehen. Die Schiffe und die Kapitäne. Ich kenne alle Kapitäne, die Askier anlaufen. Die meistens schon, seitdem sie erster Mat oder erster Offizier waren. Und die Kleidung und die Stiefel von dem da. Sie kommen von keinem Ort, von dem ich jemals gehört habe. Deshalb war es seltsam, dass der Kapitän sich hier so gut auskannte. Er fragte nicht einmal nach dem Weg zum Auktionshaus oder wer der Lademeister wäre. Er wusste das alles schon. Gut, dachte Wiesel jetzt. Das war in der Tat seltsam. Seeleute tratschten gern und erzählten von der Überfahrt oder den Ungeheuern, die sie gesehen hatten. Wiesel konnte sich nur schwer einen Kapitän vorstellen, der so maulfaul war wie der Mann, den der Hafenmeister beschrieben hatte. Und wenn das, was innerhalb der letzten fünf Tage auf den Märkten versteigert worden war, alles an Ladung war, das dieses Schiff trug, dann war es zu neunzehnteln leergefahren. Niemand unternahm eine lange Reise mit leerem Laderaum. Zu unsicher war die Gunst der Meere. Zu riskant. Und vor allem war ein solches Schiff zu teuer, um es auf eine Reise zu schicken, die nicht zumindest versprach, die Kosten zu decken. Das größere Rätsel für Wiesel aber war die Ladung, die das Schiff nun trug. Es mochte fast leer angelegt haben, doch jetzt war das nicht mehr der Fall. Es lag so tief im Wasser, dass Wiesel sich fragte, ob es nicht schon überladen war. Aber er war ja kein Seemann. Wozu sollte ein Schiff solch eine lange Reise tun, um dann Ballaststeine und Reis zu laden? Reis ja, aber Ballaststeine? Sie haben etwa zwei Drittel an Ballaststeinen geladen und ein Drittel Reis. Viel mehr an Reis haben sie auch nicht finden können. Es trieb den Preis dafür ganz schön in die Höhe, hatte ihm der Mann in der Registratur uninteressiert mitgeteilt. Sie können Reis und Stein kaufen, wie sie wollen. Uns ist es egal. Was war das für ein Handel, Erz zu liefern und Stein und Reis zu kaufen? Außerdem war Reis hier in Askir nicht günstig. Ganz im Gegenteil, denn er kam aus dem fernen Xi'an. Jeder Sack hatte eine lange Reise hinter sich und hatte Dutzende von Zöllen gekostet. Nein, es ergab nur wenig Sinn, hier Reis zu kaufen. Wiesel lehnte sich zurück und machte es sich auf dem Ballen etwas bequemer. Fast jeder, mit dem er bislang gesprochen hatte, war über das Schiff verwundert. Allgemein schien jedoch die Auffassung verbreitet, dass es zwar seltsam erschien, aber nicht ernsthaft von Interesse war. Jeden Tag legten hier im Hafen Dutzende von Schiffen an. Das schwarze Schiff fiel zwar auf, aber letztlich kümmerte es keinen. Es lag nur dick und fett im Hafen und beanspruchte einen Liegeplatz, der gewiss nicht billig war. Und was hatte das alles mit den Wolfsköpfen zu tun, wegen denen der Kammerdiener sterben musste? Wiesel stand auf, nickte den Marineinfanteristen, die zum dritten Mal vorbeikamen, höflich zu und ging davon. Seine Nase juckte. Das war ein untrügliches Zeichen. Yanks hatte wohl recht gehabt. Mit dem Schiff stimmte etwas nicht. Vielleicht sollte er ihm bei Gelegenheit einen Besuch abstatten. Aber wenn er eins von seiner früheren Partnerin gelernt hatte, dann war es niemals unvorbereitet zu sein. Erst galt es mehr herauszufinden. Der Kapitän wurde an Land erwartet, in der goldenen Rose. Das hatte Taride ihm berichtet. In gewissem Sinne war das Händlerviertel der Reichsstadt, in der dieses als teuer und gut bekannte Gasthaus lag, Wiesels zweiter Heimat. Er kannte es wie seine Westentasche. Viele der reichen Handelshäuser kannte er wahrscheinlich besser als der Hausherr. Irgendetwas würde er dort wohl sicherlich herausfinden können. Er blieb mitten auf dem Hartmarkt stehen. Denn jetzt war es sein Nacken, der kribbelte. Die Marineinfanteristen? Er schaute sich unauffällig um. Selbst inmitten der Menschenmassen, die sich durch die Gassen zwischen den bunten Ständen der Händler drängten, waren sie nicht schwer zu finden. Da standen sie und taten beide so, als ob sie sich für anderes interessierten. Nein, die waren es nicht. Sein Blick schweifte weiter und blieb an einer Sänfte hängen. In anderen Teilen der Stadt war es möglich, durch die Größe der Stadt auch notwendig, sich zu Pferd oder mit der Droschke zu bewegen. Und zwar waren die Straßen, die zum Hafen führten, breiter als die Straßen, die in einem sternförmigen Muster die äußeren Bezirke der Stadt mit dem Zentrum und der Zitadelle verbanden, doch der Warenverkehr hier am Hafen war so dicht, dass die Lastkarren und schweren Ochsenwagen jedes Vorankommen erschwerten. Es war schneller und vernünftiger, zu Fuß zu gehen. Es hieß, es gäbe zwei Orte, die auch der Kaiser zu Fuß betrat. Das gewisse Örtchen und den Hafen. Wollte man nicht zu Fuß gehen, ließ das Gedränge am Hafen nur eine Sänfte als Transportmittel zu. Und dennoch war es ungewöhnlich, eine hier zu sehen. Dieser war zudem ein Blickfang. Allein schon die acht Sänftenträger waren ein exotischer Anblick. Muskulös und breit gebaut, ähnelten sie sich auf den ersten Blick wie ein Ei dem anderen. Ihre nackten Oberkörper glänzten wie eingeölt. Brust, Gesichter und Köpfe der Männer waren glatt rasiert, bis auf einen schwarzen Zopf, der sorgfältig geflochten, fast bis auf den Boden reichte und von goldenen Bändern eingefasst war. Sie trugen schwarze Pantalons und eine Art Ländenschurz aus Seide, der ihnen fast bis zum Knie ging. In Rot und Gold und Silber war dort ein springender Tiger eingestickt. Die weichen Lederstiefel waren mit goldenen Schnüren um die kräftigen Waden gebunden, und die Sohlen der Stiefel teilten sich zwischen dem großen Fußzeh und den anderen. Sie waren keine Sklaven, sondern Krieger. Jeder von ihnen trug an seiner Hüfte zwei schlanke Messer oder fast schon Kurzschwerter, die in lackierten und verzierten Holzscheiden hinter den Scherpen starken, die den Männern als Gürtel dienten. Stählerne, ebenfalls reich verzierte Ringe und Schatten zierten die muskulösen Arme der Sänftenträger und boten zugleich Schutz im Kampf. Ihre dunklen Augen drohten jedem, der es wagte, näher als zwei Schritte an die Sänfte heranzutreten. Das hölzerne Gestell der Sänfte war aus prächtig lackiertem Rosenholz gefertigt, reich mit Elfenbein eingelegt, der Aufbau mit feinster roter Seide verschlossen. Wiesel war nicht der Einzige, der den exotischen Anblick bewunderte. Diese Sänfte war selbst für Aski ein ungewohnter Anblick. So sicher war Wiesel in Geografien nicht, doch er wusste, dass das Reich Xi'ang tief unten im Südosten lag. Untiefen, stürmische Meere, die Piraten der Feuerinsel und vor allem die gefährlichen Wasser der Krakensee erschwerten den Handel über See, sodass der Handelsweg nach Xi'ang über Land verlief. Es hieß, es wären viertausend Meilen über schneebedeckte Berge, durch brennende Wüsten und mitten durch das Gebiet der Barbaren, die jeder der kostbaren Seidenballen hinter sich brachte, die oben im Weichmarkt für ein Vielfaches ihres Gewichts in Gold verkauft wurden. War ein Mann mutig und verrückt genug und zudem bereit, sich auf eine Jahre dauernde gefährliche Reise zu begeben, konnte er gutes Gold verdienen, wenn er sich den Handelskarawanen nach Xi'ang anschloss. Seit den Tagen des ewigen Herrschers unterhielt dieses ferne Kaiserreich eine prächtige Botschaft auf dem Zitadellenhügel, eine exotisch anmutende Festung mit hohen Zinnen und geschwungenen kupferbelegten Dächern, deren Konstruktion sie wie die Haut eines goldenen Drachen aussehen ließen. Auch die Menschen aus Xi'ang waren für sich schon ungewöhnlich. Meist wirkten ihre Gesichter seltsam breit, die Nasen flacher als gewohnt, vor allem aber die Augen irritierten, denn sie schienen schmaler mit ihrer ausgeprägten Lidfalte. Eine goldene Hautfarbe und pechschwarze Haare schienen üblich. Jedenfalls konnte sich Wiesel nicht erinnern, jemals jemanden aus dem Gerüchte rankten sich um dieses Reich. Dort, so hieß es, wären die Straßen mit Gold gepflastert, die Frauen zierlich, anschmiegsam und die schönsten der Welt. Es hieß aber auch, dass die Männer entschlossene Kämpfer wären, die bis zum Letzten gehen würden, um die Ehre ihrer Frauen zu verteidigen. Ob die Frauen so schön waren, wie es hieß, war etwas, das man glauben konnte oder nicht. Zumindest in Askir waren sie niemals auf einer Straße zu sehen. Wenn eine von ihnen die prächtigen Gärten der Botschaft verließ, dann in einer solchen Senfte und vor ungebührlichen Blicken durch dichte Seidenvorhänge geschützt. Wiesel juckte es schon seit Jahren in den Fingern, der Botschaft mal einen längeren Besuch abzustatten. Doch er wäre nicht so alt geworden, wenn er nicht auch vernünftig wäre. So exotisch die Botschaft von Xiang auch anzusehen war, sie war auch, nach der Zitadelle des ewigen Herrschers, der am besten geschützte Ort in ganz Askir. Nur einmal war es ihm gelungen, einen Blick über die hohen Mauern zu werfen. Er konnte bestätigen, dass die Gärten tatsächlich so prächtig waren, wie behauptet wurde. Und auch, dass die Frauen wohl wirklich zierlich sein mussten. Denn er hatte eine junge Frau in den Gärten gesehen, die prächtige Seidengewänder trug, mit einer breiten Scherpe um die Taille, die ihm schmal genug erschien, um sie mit seinen Händen umfassen zu können. Die Frauen rasierten ihre Köpfe nicht. Der Wasserfall aus schwarzem Haar war ihm noch gut in Erinnerung. Was Wiesel auch noch gut in Erinnerung geblieben war, war das Gefühl von kaltem Stahl, der in seine Schulter eindrang. Es war keine der Wachen, die er mit viel Mühe hatte umgehen können. Es war die Frau im Garten selbst, die scheinbar ohne hinzusehen den Dolch nach ihm geworfen hatte. Wiesel besaß ihn noch immer. Ein wunderschön gearbeitetes Stück aus poliertem, mit Gravuren versehenem Stahl und einem schwarzen Hartholzgriff, der hervorragend ausbalanciert war. In gewissem Sinne hatte sich sein Besuch doch gelohnt, denn ein solcher Dolch war ein Vermögen wert. Er trug ihn jetzt in einer Scheide zwischen seinen Schulterblättern. So ein ganz versöhnlicher Glücksbringer. Wiesel erlaubte sich ein leichtes Lächeln, als er der unsichtbaren Sera innerhalb der Senfte eine leichte Verbeugung andeutete. Was die Botschaft an Reichtümern zu bergen schien, interessierte ihn mittlerweile weitaus weniger als die zierliche Gestalt, die ihn so treffsicher beinahe von der hohen Mauer der Botschaft geholt hätte. Vielleicht, so dachte er mit einem Schmunzeln, war es sogar die gleiche Sera, die er in seinen Träumen schon oft in ihrem prächtigen Garten besucht hatte. Das Poltern von schweren Wagenrädern veranlasste Wiesel zur Seite zu schauen. Er wich dem Lastkarren aus und wurde von einem Händler angerempelt, der ihn hochnäsig ansah und einen Trampel nannte, bevor er schnaubend davonstapfte. Fast schon überrascht sah Wiesel auf seine Hand herab, die, für alle Umstehenden deutlich sichtbar, einen bestickten Lederbeutel hielt. Er war so in Gedanken versunken gewesen, dass er gar nicht bemerkt hatte, wie er den Händler erleichtert hatte. »Götter«, dachte Wiesel, »nicht das!« »Hallo! Ihr da!«, rief er hastig dem Händler hinterher. »Ihr habt euren Beutel verloren!« Der Händler zuckte zusammen, griff sich schreckhaft an seinen Gürtel – nun, dieser Beutel war noch da – dann an seine Brust, wo er seine Goldstücke sicher geglaubt hatte. Wie ein Walross schnaubend eilte er zu Wiesel zurück, riss ihm fast den Beutel aus der Hand, um wütend davonzugehen. »Kein Wort des Danks«, dachte Wiesel kopfschüttelnd, »wie unhöflich!« Er spürte eine harte Hand auf seiner Schulter und schaute sich um. Ein Marine-Infanterist stand da und sah ihn finster an. »Habt ihr nicht gesehen, dass er seinen Beutel verloren hat?«, sagte Wiesel eilig und verfluchte seine flinken Hände und alten Gewohnheiten. »Ich habe ihn eben zurückgegeben. Ihr müsst das doch gesehen haben!« »Habe ich!«, antwortete der Marine-Infanterist grollend. »Uns ist klar, dass du weißt, dass wir dich beobachtet haben.« »Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber ich bin nicht erfreut darüber, dass du uns hier so vorführst.« »Aber«, begann Wiesel, »weilig «, doch bevor er mehr sagen konnte, rammte ihm der andere Marine-Soldat eine stahlharte Faust in den Magen. Keuchend brach Wiesel zusammen und bekam noch einen harten Tritt auf seine Arme, als der Soldat nachlegte. »Wenn es nach mir ginge, würde ich dir meinen Beutel zustecken und dich verhaften«, fuhr die andere Seeschlange drohend fort. »Leider ist mein Beutel so leer, dass uns das keiner glauben würde.« Er beugte sich zu Wiesel herunter und hielt ihm die Faust vor die Nase. »Schlimm genug, dass wir dich nicht kriegen. Aber uns vor allen lächerlich machen zu wollen, das solltest du dir in Zukunft zweimal überlegen. Verstanden?« Bevor Wiesel antworten konnte, griff der andere Soldat seinen Kameraden beim Arm und zog ihn fort. »Lass ihn!« »Er ist es nicht wert«, hörte Wiesel noch. Ein letzter wütender Blick, dann waren die beiden Soldaten in der Menge verschwunden. Langsam richtete sich Wiesel auf, sah, wie man auf ihn zeigte und ihn neugierig, aber nicht mitleidig betrachtete. Dass ein junger Dieb die Gelegenheit nutzte, einem der Gaffer den Beutel aufzuschneiden, trug dennoch nicht zu Wiesels Erheiterung bei. Er sah sich um. Die Sänfte war nirgendwo mehr zu erspähen. Wiesel hoffte nur, dass die Sera nichts von seiner Niederlage mitbekommen hatte. Er kam sich bei dem Gedanken seltsam peinlich berührt vor. Seufzend klopfte er sich den Staub von seinen Kleidern, fluchte noch einmal leise, als er einen Riss in seinen neuen Wams bemerkte, und ging dann weiter, als ob ihm das alles nichts anging. Götter! Wie konnte ihm nur so etwas Dummes geschehen? Zwei Schritte weiter blieb er stehen. Oh! sagte er, drehte sich um und ging dann seufzend zurück. Vor dem Ort, an dem der Händler ihn angerempelt hatte, stand ein schreiendes Boron, daneben ein Priester in der roten Robe seines Glaubens, der ihn mit gefurchter Stirn musterte. Wiesel sah von dem Priester zu der kleinen Statue des Gottes. »Hilft es, wenn ich ihm sage, dass es ein Versehen war?« fragte er zerknirscht. Der Priester musterte ihn von oben bis unten. »Sehr! Es ist euer schlechtes Gewissen, das euch hierher führt. Was lässt darauf schließen, dass es vielleicht dieses eine Mal ungerecht war, was euch widerfuhr. Aber ihr selbst erkennt, dass das, was euch eben hier zustieß, im Ganzen eures Lebens seine Rechtfertigung findet.« Der Priester verbeugte sich leicht vor Wiesel. »Mein Gott würde es sicherlich begrüßen, wenn ihr das, was ihr getan habt, von Herzen bereut. Aber das ist wohl kaum der Fall. Sonst ständet ihr nicht hier und würdet diese Frage stellen.« »Wernt ihr Priester das alles in der Tempelschule?« fragte Wiesel säuerlich, als er in seinem Beutel nach zwei Silberstücken kramte, die er in die Opferschale fallen ließ. »Nein, Sir.« Aber wenn man ein Jahr lang an dieser Stelle steht und den Leuten zusieht, wie der Anblick des Gottes sie an ihre Verfehlungen erinnert, dann lernt man es. Der Priester legte den Kopf zur Seite und lächelte leicht. »Wenn ihr mir die Bemerkung erlaubt, es ist schon etwas dreist, direkt vor dem Schreien meines Herrn, einen Mann um seinen Beutel zu erleichtern.« »Was mich wahrlich glauben lässt, dass es sich um ein Versehen handelte.« Er sah auf den Beutel in Wiesels Händen herab und hob vielsagend eine Augenbraue. »Weiterhin denke ich, dass eine Handlung, die ein solches Kunststück zu einem Versehen werden lässt, langer Übung bedarf.« Seufzend ließ Wiesel zwei weitere Silberstücke in die Schale gleiten. »Würde euer Gott mir verzeihen, wenn er weiß, dass ich heute auf dem Pfad der Rechtschaffenden wandle?« »Ich denke, er hat euch verziehen. Schließlich steht ihr hier und werdet nicht gerade in Ketten abgeführt.« Wiesel sah den Priester nur an und schüttelte dann ungläubig den Kopf. »Wie kommt es nur, dass ihr Priester immer auf alles eine Antwort zu haben glaubt?« »Ich weiß, nicht sehr. Vielleicht, weil ihr nur meint, dass es so ist.« Wiesel sah den Priester nur sprachlos an. Der lächelte und zeigte strahlend weiße Zähne. »Seid bedankt für eure Spende und gesegnet im Namen Borons, auf das die Tugend eure Schritte lenken wird.« Wiesel öffnete den Mund, überlegte es sich dann doch anders, verstaute seinen Beutel und ging kopfschüttelnd davon. Ein paar Schritte weiter lachte er leise. Wenn ihn seine Erinnerung nicht täuschte, war dies das erste Mal in seinem Leben, dass er Borons Segen empfangen hatte. »Hm«, dachte er amüsiert. »Immerhin ist es ja auch wahr. Ich Jagdboote waren die Arbeitstiere der Seeschlangen. Schlanke, flache Schiffe mit hohen Bordwänden, einem scharfen Kiel, einer Messingramme und einer kleinen Balliste im flachen Frontkastell. Sie waren dazu gedacht, innerhalb des Hafens oder in flachen Gewässern zu operieren. Mit 30 Rudern waren sie schneller als jedes bekannte Schiff. Und sollte jemals ein feindliches Schiff die Dreistigkeit besitzen, in den Hafen einzulaufen, erging es ihm wie einem Bären, der von einem Rudel Terrier gestellt wurde. Diesmal waren nur 20 Ruder besetzt, und dem flachen Frontkastell, wo die Balliste entfernt worden war, machten sich vier Taucher bereit und schmierten sich großzügig mit Schweinefett ein. Es war ja gerade erst Frühling und das Wasser im Hafen empfindlich kalt. Zusammen mit Schwertmajorikin hatte sich auch Santa entschlossen mitzukommen. Er genoss es, hier zu sitzen und nicht zu rudern. Wenn einer seiner Seeschlangenkameraden ihn vorwurfsvoll ansah, dann hob er nur eine Augenbraue. Er saß auf einer der freien Ruderbänke und beobachtete die Maestra, die in grimmigem Ton dem Rudergänger Anweisung gab. Zu seiner Überraschung fuhr das Boot nicht in den Hafen hinaus, sondern an der Mole entlang, bis es im nordöstlichen Hafenbereich ein Gebiet erreichte, in dem auf schweren hölzernen Pfeilern einige Gebäude in den Hafen hineingebaut worden waren. Es handelte sich um zwei Lagerhäuser, eine Taverne und einen alten Stadtpalast, der deutliche Spuren des Verfalls zeigte. Es war ein Experiment des Handelsrats. Vier Liegeplätze wurden geopfert, um diese Gebäude zu errichten. Es gab schlichtweg keinen Platz mehr im Hafen, erklärte Rikin der Maestra, als das Boot näher herankam und zwischen die massiven Pfähle glitt. Die Liegeplätze sind wie Adern durch dieses Herzblut der Stadt pulsiert, und unterm Strich war der erwirtschaftete Gewinn geringer als angenommen. Die Majorin runzelte die Stirn, als das Boot in die trübe Dunkelheit unter den Bohlen glitt, die über ihnen die Gebäude trugen. Soviel ich weiß, beabsichtigt der Handelsrat, diese Gebäude abzureißen, wenn die Pachtverträge der Taverne erloschen sind. Das ist in drei Jahren. Die anderen Gebäude stehen schon leer. »Hier«, sagte Desina und hob die Hand. Das Boot glitt ein wenig weiter. Dann wurde es durch die Ruder im Wasser gebremst. Vier Soldaten sprangen auf und drückten schwere Enterhaken gegen die verschiedenen Pfähle um das Boot herum, um es auf Position zu halten. Die Taucher banden feste Seile um ihre Schultern, während Desina die Bohlen über ihren Köpfen absuchte. »Schaut«, sagte sie und wies nach oben. Dort waren die Umrisse einer Falltür zu erkennen. Sie wandte sich der Majorin zu. »Ich befürchte, dass wir nicht nur Maya hier finden werden.« »Ich denke, die Falltür gehört zum schiefen Mast«, vermutete die Majorin. »Ich kenne die Taverne«, erklärte Santa grimmig. »Eine der übelsten Kaschemnen im Hafen. Wir hatten dort schon oft zu tun. Mindestens dreimal war ich selbst dort. An eine Falltür kann ich mich jedoch nicht erinnern.« »Sie wird versteckt sein«, mutmaßte Desina, während die vier Taucher fast lautlos in das kalte Hafenwasser glitten. »Wie tief ist der Hafen hier?«, wollte Desina wissen. »Gute drei bis vier Mannslängen«, antwortete der Stabsleutnant abwesend, während er verfolgte, wie die Seilmannschaften den Tauchern Seil nachgaben, jederzeit bereit, ihre Kameraden aus dem Wasser zu ziehen. Einer der Seeleute zählte langsam. Spätestens wenn er zweihundert erreichte, würde man die Seile einbringen. Denn allein die Kälte des Wassers gab Grund zur Sorge. Doch so lange dauerte es nicht. Eines der Seile auf der Backbordseite ruckte zweimal, dicht gefolgt von dem zweiten Seil dort. »Sie haben etwas gefunden«, erklärte Rikin. Eines der Seile ruckte erneut, und die Seilmannschaften fingen an, es einzubringen. Wenige Sekunden später tauchte erst der Kopf des einen Tauchers auf, dann der des anderen, zwischen ihnen ein bleicher, leicht bekleideter weiblicher Körper. Zugleich ruckte es an den Seilen auf der Steuerbordseite. Auch dort hatten die Taucher etwas gefunden. Die Seilmannschaften gaben den Tauchern dort ebenfalls das Signal aufzutauchen, während die Kameraden an Backbord bereits die Tote einbrachten und dann die frierenden Taucher an Bord zogen, um sie sofort in schwere Decken einzuhüllen. Desina beugte sich vor und musterte den Leichnam der jungen Frau sorgfältig. Ein leichter Wind hob kurzzeitig ihre Kapuze an, und Santa sah, wie betroffen die Maestra war, bevor sie wie abwesend die Kapuze wieder ins Gesicht zog. »Sie ist seit etwa einer Glocke tot. Höchstens vier Kerzen«, erklärte Desina tonlos. »Maria war eine schlanke und zierliche Frau gewesen, die auf der harten Ruderbank wirkte wie ein kleines Kind. Ihre Augen waren offen und noch klar. Ihr Gesicht auch im Tod voller Unglauben, als verstehe sie nicht, was ihr zugestoßen war. Sie trug nur ein leichtes Kleid, eher ein Nachtgewand. Die zahlreichen Wunden, die ihren Körper überzogen, wollte sich Desina erst später ansehen. »Bei Borons Hammer«, fluchte Santa, als auch an der Steuerbordseite ein Leichnam aus dem Wasser gezogen wurde. »Das ist Karjan.« »Es scheint, als habe er seine Schwester gefunden«, stellte die Majorin bitter fest. »Solta, steh uns bei«, flüsterte Desina und ließ sich schwer auf eine der Ruderbänke sinken. »Deckt sie zu«, sagte sie, schluckte sichtbar und beugte sich anschließend über den tropfenden Leichnam von Regatas Verlobten. Er trug ebenfalls nur noch ein Untergewand, und auch ihm war an manchen Stellen die Haut in Streifen abgezogen worden. Wie seine Schwester war auch der Korporal ausgeweitet worden. Desina legte sorgfältig eine Decke über den Toten und wandte sich dann an Rikin. »Zurück zur Hafenwacht, Schwertmajor. Ein Bote soll nach den Priestern von Boron, Solta und Astarte geschickt werden. Wir werden sie brauchen. Wir hingegen werden den schiefen Mast aufsuchen. Ich will, dass jeder, der sich im Laufe des Tages dort aufhielt, zum Verhör herangebracht wird, und dass jeder Winkel der Gebäude über uns untersucht wird.« »Es wird geschehen, Maestra«, antwortete Rikin mit steinernem Gesicht. »Karjan und seine Schwester gehörten zu den Seeschlangen. Die Mörder werden ihre Tat bereuen.« »Nicht nur diese Tat«, brachte ein vor Kälte zitternder Taucher mühsam hervor. Seine Lippen waren blau angelaufen, und es schien keine Wärme gewinnen zu können, obwohl seine Kameraden ihn in dicke Decken gehüllt hatten und kraftvoll abrubbelten. »Es ist ein ganzer Totenacker dort unten.« »Das haben wir befürchtet«, gab Rikin Antwort. »Wir werden die Täter stellen.« »Ich hoffe es«, sagte Desina tonlos, und Santa bemerkte, dass sie ihre Hände zu Fäusten geballt hatte. Auch die Majorin sah Desina scharf an. »Es gibt noch mehr, nicht wahr?«, fragte die Majorin, und Desina nickte widerwillig. »Hier ist Magie am Werk gewesen.« »Ich spüre noch den Nachgeschmack.« »Es war Blutmagie, die Arbeit eines Verfluchten.« »Wir werden ihn finden«, sagte Santa kalt, während das Boot aus dem Schatten unter den Bohlen hervorschoss und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hafenwache fuhr. Sie sah seinen entschlossenen Blick und nickte, während sie die Kapuze wieder vorzog. »Das werden wir.« Desina war tief in Gedanken versunken, als das wendige Boot mit kraftvollen Ruderschlägen über das gekräuselte Wasser des Hafens getrieben wurde. Sie bemerkte nicht einmal den kalten Wind. Alles, was sie gelesen hatte, jedes einzelne Buch und jeder Bericht, der im Turm der Eulen verwahrt wurde, stammte aus der Zeit, bevor der Weltenstrom zusammengebrochen war, und vieles davon beschäftigte sich mit Dingen, von denen man seit Jahrhunderten nichts mehr gehört hatte. Die abscheuliche Art, wie Nekromanten ihre Macht ausübten, allein schon die unsagbare Tat des Seelenraubs, ließ sie wie das personifizierte Böse erscheinen. Schon um sich von diesen Ungeheuern zu distanzieren, legten die Eulen großen Wert darauf, die andere Art der Magie, ihre Art, als gut erscheinen zu lassen. Das war jedoch nicht so ganz richtig. Magie war nur ein Werkzeug. Ob sie zum Schlechten oder zum Guten verwendet wurde, lag immer in der Hand derer, die das Werkzeug benutzten. Jetzt lagen in dem Boot zwei tote Menschen, Opfer einer Art der Magie, die vielleicht älter war als die Menschen selbst. Einst, so stand es in den Archiven, hatte es ein Volk der Elfen gegeben, das einem dunklen Gott diente. Die magische Form des Ensira, der Raub des Wissens, war bei diesen dunklen Elfen entstanden. Immer wieder führten ihre Gedanken sie zu der größten aller Eulen zurück, zu Balthasar. In seinem Tagebuch schrieb er von der Befürchtung, dass eine abgewandelte Form des Ensira dazu verwendet werden könnte, anderen nicht nur das Wissen, sondern auch den Geist zu rauben. Dass vielleicht in dieser uralten Form der Magie die Keimzelle der Nekromantie verborgen lag. Kalte Augen folgten dem Jagdboot, als es über das Wasser des Hafens glitt. Dann ließ der Mann den vergilbten Vorhang fallen. Er griff unter sein Wams und zog das schwere Amulett heraus, das auf seiner Brust lag. Sonne Finger verkrampften sich, als er jenen Schmerz spürte, der ihn immer ereilte, wenn er das tat. Er stand noch immer an dem zugenagelten Fenster, fand sich aber auf mysteriöse Weise zugleich in einer fernen Turmkammer wieder. Feine Seidenvorhänge wehten dort in einem lauen Wind. Der, den er suchte, stand auf dem Balkon und schaute hinaus in die Nacht. Ein feingeschliffenes Glas aus dünstem Kristall in seiner Hand. Er bemerkte die Anwesenheit des Anderen, drehte sich gemächlich um und nahm einen Schluck von seinem Wein. Dunkle Augen musterten die durchscheinende Gestalt vor ihm nachdenklich. »Feltor?« »Was führt euch her?« »Ich hoffe, ihr bringt gute Kunde.« »Nein, Herr, es gibt Schwierigkeiten.« Eine feine Augenbraue hob sich, fragend. »Schwierigkeiten?« »Ihr wisst, das höre ich nicht gern.« »Schwierigkeiten welcher Art?« »Eine Eule hat den Ort am Hafen gefunden, Herr.« Die Hand, die gerade das Glas an die fein geschwungenen Lippen führen wollte, erstarrte, und das Gefäß zerbarst in der schlanken Hand, die sich zu einer Faust ballte und dann wieder entspannte. Fast nachlässig zog der Mann mit der anderen Hand einen Glassplitter aus seiner Handfläche und betrachtete nachdenklich, wie sich die Wunde schloss. »Es gibt in Arskir keine Eulen mehr?«, stellte er fest. »Und dennoch ist da eine. Sie folgte der Form des Suchens, trotz des Wassers, trotz der Siegel, die es hätten verhindern müssen.« »Sie?« Die fein gezeichneten Gesichtszüge entspannten sich ein wenig. »Es ist kein Mann?« »Nein, Herr, es ist eine junge Frau. Sie ist schon lange im Turm und durchforstet die alten Texte dort. Ich hatte euch von ihr berichtet. Jetzt hat sie wohl die Prüfung bestanden und trägt die blaue Robe. Eine Gefahr ist sie nicht, aber sie hat den Ort gefunden.« »Das war unachtsam von euch.« »Ja, Herr.« »Hm«, sagte der junge Mann nachdenklich. »Wie konnte sie dem Fanal entgehen?« »Ich weiß es nicht, Herr. Es fällt Tor.« »Ja, Herr.« »Es war keine Frage an euch.« »Ja, Herr, verzeiht, Herr.« Einen Moment schwieg der junge Mann. Dann ging er hinüber zur Anrichte und füllte ein neues Glas mit dem süßen Wein und trank. Eine feine Falte erschien auf seiner makellosen Stirn. Dann verschwand sie wieder. »Ist das Schiff angekommen?«, fragte er. »Ja, Herr.« »Nun«, sagte er und lächelte, ein wenig nur. »Dann brauchen wir den Ort nicht mehr. Es macht kaum einen Unterschied.« »Ja, Herr.« »Gut. Ihr könnt euch entfernen. Und fällt Tor.« »Seht zu, dass die Maestra euch nicht zu nahe kommt.« »Gebt unseren Freunden etwas zu tun.« »Sie hassen so leidenschaftlich.« »Gebt ihnen ein Ziel für ihre Verblendung.« »Wie ihr es wünscht, Herr.« Die durchscheinende Gestalt verbeugte sich tief und verschwand, um weit entfernt an jenem anderen Ort keuchend auf die Knie zu fallen. Die Distanz war zu groß, die Kraft, die es Felter kostete, gewaltig. »Verdammte Eule!«, keuchte er, als er sich mühsam aufrichtete. Er lehnte sich an die Wand und wartete, bis der Schmerz ihn verlassen hatte. Er sah sich um, musterte noch einmal prüfend das Wirken seiner Macht. Erst dann erlaubte er sich ein kaltes Lächeln. Sein Umhang wehte, dann schien es, als ob Feltor sich in Rauch verwandelte und verging. Eine Weile später trat Balthasar aus den Schatten des alten Stadtpalasts und sah sich langsam um. »Kein Körper zu haben, hat auch einen Vorteil.« »Es kann einem dann auch nicht schlecht werden«, stellte er bitter fest. »So sieht also das Übel aus, wenn man nicht verblendet ist.« Er schaute dorthin, wo Feltor verschwunden war. »So, hast du deinen Herrn Bericht erstattet, ja?« Seine Fäuste ballten sich. »Wenn sie dein Werk sieht, Feltor, wird sie dich und deinen Herrn bis ans Ende der Welt jagen. Und sie wird dabei nicht allein sein.« »Das schwöre ich dir.« Ein letzter Blick, dann verschwand der geisterhafte Maestro so leise, wie er gekommen war. Als das Boot die Mole der Hafenwacht erreichte und dort auf die Schräge auflief, hörten sie schon Regatas Schrei, als sie oben auf dem Kai in die Knie brach und bitterlich zu weinen anfing. Desina war die Erste, die das Boot verließ. Dicht gefolgt von Santa, dessen Gesicht einer steinernen Maske glich, und der Majorin, die anfing, Befehle zu erteilen, noch bevor sie festen Boden unter den Füßen hatte. Desina zog ihre Zielschwester an sich, die hemmungslos schlurzte. Gemeinsam sahen sie zu, wie die Soldaten den Toten aus dem Boot bargen. Karjan und seine Schwester wurden in das Innere der Garnison gebracht und dort im Krankenlager aufgebahrt. Gemeinsam folgten Regata und Desina ihnen. Langsam löste sich Regata von ihrer Ziehschwester und betrat den kleinen Raum. Desina folgte ihr. Einer der Soldaten wollte Regata zum Gehen bewegen, aber Desinas Kopfschütteln ließ ihn zurücktreten. Eine weitere Geste der Maestra lehrte den Raum bis auf Regata und Desina selbst. Regata trat an den Toten heran, strich ihm sanft über das nasse Haar, beugte sich über ihn und gab ihm einen Kuss auf die kalte Stirn. Dann richtete sie sich auf und sah Desina mit vorwurfsvollen, tränenfeuchten Augen an. »Warum hast du ihn nicht gerettet?« fragte sie. »Du bist doch eine Eule. Du hättest es doch tun können.« »Regata«, antwortete Desina sanft. »Er war schon tot, als du zu mir kamst.« »Marja auch. Sie starben beide etwa vor vier Kerzenlängen.« »Es scheint, als habe er sie gefunden. Er war aber nicht imstande, sie zu retten.« Regata sah sie verständnislos an. »Aber er hatte doch heute die erste Wache. Er wollte sie schlafenlegen und dann... Ich habe ihm doch gesagt, dass ich zu dir gehen würde.« »Es tut mir leid,« antwortete Desina und griff nach den Händen ihrer Schwester. »Ich verspreche dir, dass wir den Mörder finden werden.« Einen kurzen Moment lang drückte Regata die Hände ihrer Schwester so fest, dass Desina fast um ihre Knochen fürchtete. Dann ließ Regata sie los und trat an den Leichnam ihres Verlobten heran. Sie nahm seine klamme Hand. »Ich kenne dich ja,« sagte sie zu Desina, während ihr noch Tränen die Wangen herabliefen. »Du hältst immer deine Versprechen. Aber sag mir, was wird mir das nützen? Hast du schon einmal geliebt, Schwester? Kannst du verstehen, was ich gerade fühle? Wie mein eigenes Herz gerade zerreißen will?« Desina schüttelte den Kopf. »Das kann ich nicht,« antwortete sie. Sie machte einen Schritt auf Regata zu, doch diese hob abwehrend die Hand. »Nein, nicht,« sagte sie. »Du konntest sie nicht retten. und mich kann niemand trösten. Tu das, was du kannst. Richte seinen Mörder.« Sie kniete sich neben den Toten, drückte ihre Wange gegen seine kalte Hand und senkte den Kopf. Ihre Schultern bebten. Desina spürte Santa an ihrem Arm, der sie leicht in Richtung Tür zog. Sie folgte ihm. Er schloss die Tür hinter ihnen und musterte Desina. »Wie geht es euch?« fragte er leise. »Ihr seht mitgenommen aus.« »Woher wollt ihr das wissen?« fragte Desina bitter. »Könnt ihr durch meine Kapuze blicken?« »So schwer ist es nicht,« antwortete der Stabsleutnant leise. »Es wird leichter, je länger man euch kennt.« Jetzt war er es, der nach ihren behandschuten Händen griff. »Ihr könnt mir vertrauen, Maestra.« »Das weiß ich, Santa,« sagte sie mit einem müden Lächeln. Er schaute an ihr vorbei. Sie wandte sich um und sah sich Schwertmajoren Rikin gegenüber, die nun vollständig gerüstet war. »Wir sind soweit, Maestra,« teilte ihr die Majorin mit. »Ein Schwertschiff und zwei Jagdboote werden vom Wasser aus das Gebiet absperren. Vier Tenets stehen bereit, den Bereich abzusichern und die Durchsuchung zu beginnen.« Desina warf der geschlossenen Tür zum Krankenlager noch einen letzten Blick zu und nickte. Die Majorin bemerkte den Blick. »Die Tempel wurden benachrichtigt. Die Priester werden bald eintreffen. Habt ihr noch eine Nachricht für sie?« Desina überlegte kurz. »Sie sollen auf mich warten, wenn es ihnen möglich ist.« Sie straffte ihre Schultern. »Schauen wir, ob wir etwas finden können.« »Schwertmajor?« »Ja?« »Schärft euren Leuten, ein Gruppen zu bilden. Immer mindestens drei Mann. Einer davon mit einer Armbrust bewaffnet. Niemand soll einzeln vorgehen.« Die Schwertmajorin nickte. »Es wird geschehen.« »Haltet ihr den Mörder für so gefährlich?« fragte Santa etwas später, als sie zusahen, wie die Marinesoldaten um die alten Pfahlgebäude herum Stellung bezogen. Der Stabsleutnant hatte einen großen Schild mitgebracht, den er bereit hielt, um die Maestra zu schützen, sollte etwas Unvorhergesehenes geschehen. Die Tür der Taverne zum schiefen Mast sprang auf. Eine Gruppe zwielichtiger Gestalten versuchte den Ausbruch, noch bevor sich der Ring um die Gebäude ganz geschlossen hatte. Passanten wichen erschreckt zurück. Einer der Flüchtenden griff einen der Marinesoldaten sogar mit einem Langmesser an, wurde jedoch schnell überwältigt. Desina sah nur kurz hin. Dies war ein Geplänkel. Nach einem Taschendieb suchten sie ganz gewiss nicht.« »Ja«, beantwortete Desina Santas Frage, während die Soldaten die Schaulustigen zurücktrieben, sodass ein freier Platz vor den Gebäuden entstand. »Ich erwarte nicht, dass wir ihn hier finden werden. Vielleicht eine Spur, die zu ihm führt.« »Dennoch«, der Stabsleutnant nickte zustimmend. »Vorsicht ist immer gut.« Er sah zu, wie die Marinesoldaten den Bereich abschlossen und sich eine Gruppe darauf vorbereitete, in den schiefen Mast einzudringen. »Sagt Maestra, das, was ihr vorhin gesagt habt, im Boot, meine ich. Haltet ihr es für möglich, dass es etwas mit dem Verfluchten zu tun hat?« »Ei«, sagte sie leise. »Es wäre wohl ein seltsamer Zufall, wenn diese ganzen Morde, die von und mit Magie verübt wurden, nicht zusammenhängen würden.« Sie schaute hoch zu ihm. »Es sollte heutzutage, nach so vielen Jahrhunderten, niemanden mehr geben, der diese Form der Magie, die Wissen rauben kann, beherrscht. Es ist eine Magie der dunklen Elfen. Ihnen sagt man nach, dass ihre Augen im Dunkeln rot leuchten und dass sie dazu imstande wären, sich in Rauch aufzulösen.« »Wieso sollen sie hier morden?«, fragte Santa überrascht. »Wo ist die Verbindung?« Er schüttelte den Kopf. »Ich habe auch von diesen Elfen gehört. Aber sie sind nicht mehr als eine Legende.« »An mancher Legende ist etwas Wahres dran.« Desina sah zu Schwert Majorik hin, die ihren Leuten ein Zeichen gab. Daraufhin wurde die Tür zur Taverne aufgerissen. Sechs Mann stürmten mit erhobenen Schilden hinein, während sich jeweils vier Soldaten Zugang durch die drei Fenster verschafften. Das Geräusch von berstendem Glas wurde hörbar, dann Schreie, dann Kampfeslärm, der nicht lange anhielt, dann folgte Stille. In der Tür erschien eine der Seeschlangen und gab der Schwertmajorin ein Zeichen, woraufhin diese einen weiteren Befehl gab und eine zweite Tenet in die Taverne eindrang, während die restlichen Soldaten mit Armbrüsten im Anschlag die Vorderseite bewachten. Es dauerte nicht lange, bis ein anderer Soldat in der Tür erschien und ein weiteres Zeichen gab. Erst jetzt entspannte sich Regine. »Wir können hinein,« teilte sie Desina und dem Stabsleutnant mit. »Das Gebäude ist gesichert.« Das war es in der Tat. Im großen Schankraum knieten gefesselt knapp zwei Dutzend Leute, unter ihnen der Wirt und drei Schankmägde und zwei bullige Männer, die hasserfüllt aufsahen, als Desina, Rikin und Santa die Taverne betraten. Einer der Soldaten war am Arm verletzt. Ein weiterer kräftiger Mann lag in einer Blutlache vor dem Fuß der Treppe, die hinter der schweren Theke nach oben führte. Der Rest der Gefangenen bestand aus dem üblichen Abschaum des Hafens. Hartgesottene Halunken und Seeleute, die es nicht gewohnt waren, Ärger aus dem Weg zu gehen. Ein Korporal trat vor und erstattete Rikin Meldung. »Das Gebäude ist gesichert.« Nur einer der Halunken leistete Widerstand. »Marin hat einen leichten Kratzer abbekommen. Das war es schon.« Er sah zu dem Toten hinüber. »Dämlicher Hund!« Desina musterte die Gefangenen. Die meisten von ihnen waren eingeschüchtert, vor allem die drei Schankmädchen. Kaum eines von ihnen war viel älter als Regata oder sie selbst. Aber sie sahen verbraucht und verlebt aus. Jeder Funken in ihnen erloschen. Sie knieten hier und warteten ergeben auf ihr Schicksal. Ein paar der Seeleute sahen sowohl wütend als auch unverständlich drein. Einer von ihnen hob den Kopf und funkelte sie an. »Wir haben nichts getan. Ich verlange, freigelassen zu werden, und zwar bald. Mein Schiff läuft mit der Ebbe aus.« »Dann hättet ihr an Bord sein sollen,« antwortete Rikin ungerührt. »Wir werden euch schon aussortieren.« Sie wies mit der Spitze ihres Schwerts auf einen der Gefangenen. »Nur dich nicht, Joachim. Dich suchen wir schon lange.« Der Gefangene, ein hagerer Mann in dunklen Kleidern, warf ihr einen hasserfüllten Blick zu und versuchte, sie anzuspucken. Rikin wich nicht aus, aber der Auswurf verfehlte sie ohnehin. Santa trat einen Schritt vor. Es sah fast nachlässig aus, wie er den Mann mit einer Hand ohne erkennbare Mühe hochhob und ihm mit der anderen einen Hieb an die Schläfe versetzte. Er ließ den Mann los und bewusstlos schlug der Kerl vor den Füßen der Schwertmajorin auf den dreckigen Boden auf. Dann schob Santa ihn mit einem Fuß in die Reihen der Gefangenen zurück. Die meisten der anderen verkniffen sich weitere Proteste, doch der Wirt und seine zwei Handlanger schienen ungebrochen. »Ich führe ein ehrliches Haus,« protestierte der Wirt. »Ihr werdet hier keine Kontrabande finden.« Er funkelte den bewusstlosen Joachim an. »Den hier kenne ich nicht. Er ist kein Freund von mir, nur ein Gast. Ich bin nicht verantwortlich für meine Gäste.« Desina ignorierte ihn. Sie trat vor die Gefangenen und musterte sie der Reihe nach. Der Blick des Wirts war nachgerade hasserfüllt. Die Sina wusste nur zu gut, wie man sich fühlte, wenn einen die Seeschlangen im Griff hatten. »Wer von euch ist erst während der letzten zwei Kerzen hier eingetroffen?«, fragte sie. Und gut zwei Drittel der Gäste, darunter auch der Seemann, der soeben protestiert hatte, sahen hoffnungsvoll zu ihr auf und gaben an, erst vor kurzem eingetroffen zu sein. »Lügt einer von ihnen?«, fragte Desina die restlichen Gefangenen. »Der hier lügt,« spuckte einer der Männer verächtlich aus. »Er war schon hier, als ich ankam.« »Du lügst,« protestierte der andere. Der erste lachte bitter. »Du warst schon immer eine feige Ratte.« Bevor es weiter eskalierte, gab Rikin den Soldaten ein Zeichen und ließ die Gäste herausbringen, die erst kurz hier verweilt hatten. Sie würden befragt werden, ob ihnen etwas aufgefallen war. Desina ging nicht davon aus. Egal, wie schlecht der Ruf der Taverne war, es war nicht zu erwarten, dass die Morde vor den Augen aller Gäste stattgefunden hatten. Es blieben neben dem Wirt und seinen zwei Schlägern zwei weitere männliche Gäste und die drei Schankmägde, die immer ängstlicher schauten, und dieser Joachin. Desina sah zu Rikin. »Die hier schafft zur Hafenwacht,« wies sie die Majorin an. »Bis auf die Mädchen bringt ihr sie besser getrennt voneinander unter.« Sie beugte sich zu dem Wirt hinab, der sie immer noch hasserfüllt ansah. So nahe, wie er nun war, spürte sie seine Wut, die Angst und die Hoffnung. Er erwartete tatsächlich, dass er ungeschoren davonkommen würde. Sie sah dem Mann durch den Schleier ihre Kapuze tief in die Augen und versuchte zu fühlen, was er verbarg. Ja, der Mann war sich sicher, dass man ihm nichts nachweisen konnte. Das Gefühl war so deutlich, dass es daran keinen Zweifel gab. Und dennoch wusste er etwas, wusste, weshalb eine Eule vor ihm stand. Er wusste, was hier geschehen war und war sich dennoch sicher, nicht belangt zu werden.